Guten Morgen ihr Lieben! Herzlich Willkommen hier bei Lebensfreude Events Now. Herzlich Willkommen Frau Doktor Angelika Eule. Ganz herzlich Willkommen hier bei uns. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns ein Interview zu führen über ein ganz besonderes Produkt, nämlich Ohrenkerzen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das war eine ganz besondere Chance für mich. Ja, wir haben ja jetzt noch den 5. Mai. Wir befinden uns noch ein bisschen in diesem Lockdown, obwohl es sich letztlich langsam lockert, glaube ich, und wir ein bisschen aktiver wieder werden dürfen. Ich möchte Sie kurz vorstellen, Frau Doktor Eule, Sie sind die Geschäftsführerin der BioSun GmbH. Studiert haben Sie mal vor längerer Zeit Medizin und dann haben Sie auch 5 Kinder bekommen und großgezogen und Sie haben sich immer für Naturheilkunde interessiert. Das haben Sie mir vorher erzählt und sind auf die Ohrenkerzen gekommen und hatten eigene Ohrenkerzen entwickelt. Und da Ihr Mann Maschinenbauer ist, hat er Ihnen auch noch eine Maschine gebaut, wo, damit Sie die besser produzieren können. Das passte ja sehr gut. Und vor zwei Jahren haben Sie dann die Firma BioSun GmbH gekauft und diese beiden Unternehmen zusammengeführt. So, das so ein bisschen als Background, damit man versteht, welche großartige Kompetenz hinter diesen Ohrenkerzen steckt. Was, also Kerzen kennt, denke ich, jeder. Habt ihr vielleicht zu Hause, machen eine schöne Stimmung. Was sind jetzt Ohrenkerzen? Ja, Ohrenkerzen habe ich hier dabei. Wir sagen auch Ohrkerzen. Wir haben ja gesagt, wir zeigen die mal. Das sind gar keine Kerzen, sondern die sind in hohe, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Vermutlich. Ja. Ja, man kann das sehen. Strohhalm, wie ein dicker Strohhalm. Ja, ein dicker Strohhalm. Die sind aus Baumwolle hergestellt und mit Wachs getränkt und dann so aufgerollt und die sind schon als ganz lang bekanntes Heil- und Zeremoniemittel bei Naturvölkern bekannt. Überall auf der Welt gab es so irgendwelche Dinge, die die Leute aufgerollt haben und sich dann tatsächlich auch in die Ohren gesteckt haben oder, wie wir sagen, auf den Gehörgang aufgesetzt haben. Die wird an dem einen Ende hier angezündet und dann auf den Gehörgang aufgesetzt und brennt dann ganz langsam runter. Und während sie runter brennt, kommt hier unten warmer Rauch aus der Kerze. Der zieht dann in den Gehörgang hinein bis zum Trommelfell und macht so eine ganz angenehme Wärme im Ohr. Also jeder, der das mal erlebt hat, dass es wirklich ganz, ganz angenehm, unglaublich entspannend, wenn man die Wärme eben nicht nur außen aufs Ohr packt, sondern tatsächlich auch von innen was spürt. Und es knistert auch so schön leicht. Man hört natürlich die Flamme, die Flamme wackelt da oben rum und der Rauch kommt tatsächlich auch so ein bisschen gepulst bis zum Trommelfell. Wir sprechen da gerne von einer Trommelfellmassage, weil alles so ganz bisschen in Schwingung gerät. Und ja, das ist auch sehr angenehm. Wozu ist das gut? Warum? Einfach nur, weil es schön ist oder gemütlich? Oder warum mache ich das? Was kann mir das bringen? Also es gibt ja viele Entspannungsverfahren auf dieser Welt und bei den meisten, wenn man so hört, Meditation oder autogenes Training muss man sehr lange üben. Bei der Ohrkerze funktioniert es praktisch im Moment der Anwendung. Wenn man sich wirklich hinlegt und die Sache so auf sich zukommen lässt, hat man durch die Wärme im Ohr einen direkten Einwirkmoment auf die entspannungsführenden Nerven, die tatsächlich sofort funktionieren, ohne dass man das lange üben muss. Und Stress haben wir ja im Moment tatsächlich alle ein bisschen. Jeder braucht eigentlich eine Methode, um den Stress auch abzubauen. Und wie sie angewendet werden, das haben wir schon kurz beschrieben, wahrscheinlich im Liegen. Genau, natürlich im Liegen und idealer... Genau, wir haben das hier auf der Verpackung immer drauf, können wir vielleicht sehen, da liegt eine junge Dame auf der Seite, hat die Ohrkerze hoffentlich gerade im Ohr. Da ist jetzt nicht so fürchterlich viel zu sehen, aber man sieht eine Hand drauf. Das ist tatsächlich ideal, wenn man jemanden findet, der einem die Ohrkerze festhält, weil man sich in dem Moment ganz, ganz vollständig dieser Entspannung hingeben kann. Man schließt die Augen. Es gibt sogar Leute, die dabei einschlafen. Und das sollte man nicht machen, wenn man das alleine vorm Spiegel macht. Das empfiehlt man ausdrücklich nicht. Nein, aber ich mache das gerne mit meinem jüngsten Sohn zusammen. Er ist dann am Anfang dran und er mag das auch gerne und danach macht er das bei mir. Und ja, dann tut man sich gegenseitig was Gutes. Ich empfehle das auch gerne als Paaranwendung, wenn man sich vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit was zu sagen hat. Man liegt einfach ruhig beieinander. Dann gibt es auch einen Film auf unserem YouTube-Kanal, wo die Paaranwendung sehr einfühlsam vorgestellt wird. Da kann man sich das mal angucken. Und legt man sich erst auf die eine Seite denn das eine Ohr, dann wendet man auf die andere Seite das andere Ohr. Und dann hat man es. Im Zweifel wacht man halt zwischendurch auf. Wie lange dauert das, bis so eine Kerze abgebrannt ist? Je nachdem, wenn es also wirklich bei unseren Kerzen ungefähr zwölf Minuten, wenn jetzt nicht Zugluft im Raum ist, da muss man natürlich dafür sorgen. Es ist sowieso, wenn man sich entspannen möchte, schön, wenn man vielleicht noch eine schöne Entspannungsmusik auflegt oder eine Duftlampe anmacht. Vor allen Dingen auch sich ein bisschen warm hält. Jetzt im Moment wird es ja draußen wärmer, aber ein Kissen oder sowas. Oder einfach so, dass man gemütlich liegt. Weil zwölf Minuten sind schon eine ganz lange Zeit. Ja, das hätte ich gar nicht gedacht. Die sieht so lange gar nicht aus, dass sie doch so lange brennt. Und also gute Atmosphäre schaffen, gemütlich, schöner Duft vielleicht noch. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und keine Zugluft vor allen Dingen. Genau, wo die Flamme einfach flackern und schneller runter brennen. Kann jeder solche Ohrkerzenbehandlung machen? Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich es bei meinem Sohn schon regelmäßig gemacht habe. Also bei Kindern geht das prinzipiell immer, wenn die Ohren groß genug sind. Also bei Babys würde ich es jetzt noch nicht machen. Aber bei jüngeren Kindern geht das auch, wenn die das mögen. Man muss dann auch nicht so die Ohrkerze ganz zu Ende brennen lassen. Wenn die einfach nur fünf Minuten ruhig liegen wollen, reicht es ja auch. Aber es beruhigt auch gerade diese ein bisschen lebhafteren Kinder. Und wenn die Mutter das dann macht und in der Zeit wird halt mal nicht geschimpft und nach Hausaufgaben oder Kinderzimmer aufräumen gefragt, sondern man liegt ganz still bei seiner Mama und kriegt dann diese angenehme Ohrkerzenbehandlung. Das macht auch was mit dieser Mutter-Kind-Beziehung. Das glaube ich, ja. Vor allen Dingen, ja, sehr achtsam, weil es ja auch mit Feuer ist. Und dann kann man eine nehmen und die vielleicht dann auf beiden... Man kann die für beide Seiten nehmen, wenn man damit anfängt. Einfach so ein bisschen vorsichtig mit rumgehen. Das andere sind auch, was auch häufig gefragt wird, Menschen, die Hörgeräte tragen. Das ist in Ordnung, wenn man das Hörgerät vorher rausnimmt. Ja. Die sind auch so sehr empfindlich, was ihre Ohren angeht und empfinden das als unglaublich angenehm, wenn man da dann einfach mal so ein bisschen Wärme reingebt, wo die ganze Zeit dieser Fremdkörpersitz, den man ja braucht. Also das ist auch von sehr vielen als sehr angenehm empfunden worden. Wenn man ein offenes Trommelfell hat oder frische Entzündungen im Bereich Ohr, das kann auch nur ein Pickel im Gehörgang sein, würde ich es in dem Moment tatsächlich nicht machen, weil die Wärme, die da durch die Ohrkerzen herangebracht wird, jede Entzündung auch ein bisschen befeuern kann. Deswegen nur, wenn man gesunde Ohren hat. Bei gesunden Ohren, genau. Genau, die meisten haben das aber, also. Und sonst macht man aber pro Ohr eine Kerze. Genau, pro Ohr eine Kerze. Die sind auch in der Weise verpackt. Genau, ich meine, die waren auch in der Weise. Wir haben da so einen Aromaschubs, das ist tatsächlich umweltfreundliche Zellofanfolie, die wir da drum packen, damit das gute Aroma nicht gleich wieder verfliegt. Aber die sind immer in der Weise abgepackt. Genau, und jetzt die Sachen sparen. Verbrauchen. Genau, Sie sprachen schon das Aroma an. Wie gibt es denn verschiedene Duftnoten? Ja, also wir haben relativ viele Düfte tatsächlich im Angebot. Mit den Düften, ich meine, es gibt immer so Lieblingsdüfte, die man hat. Und auch bei den Ohrkerzen verkauft sich der eine Duft ein bisschen besser als der andere. Das verhält sich ja so, dass die Duftverarbeitung oder Geruchsverarbeitung geht in unser Gehirn relativ direkt rein. Weil die Riechschleimhaut ist ganz nah am limbischen System, da wo direkt Emotionen mit dem Reiz zusammengekoppelt werden. Das heißt, jeder hat seine Lieblingsdüfte. Und da kann die Aromatherapie sagen, was sie will. Wenn ich mich bei einem bestimmten Duft einfach nicht entspannen möchte, dann geht das nicht. Und deswegen bieten wir einfach verschiedene Düfte an. Und man darf sich das natürlich aussuchen. Wir haben zum Beispiel auch Mischpackungen, wo vier verschiedene Düfte drin sind, wo man dann einfach ausprobieren kann, was einem am besten gefällt. Also ich bin auch schon in solche Läden gegangen, habe an dem großen Essenzenregal geschnuppert. Das ist also wie bei einer Weinprobe gewesen. War ganz lustig. Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, was ich mag und was nicht. Aber die Düfte sind halt für jeden auch immer was Besonderes. Wenn man die Verpackung aufmacht bei den Ohrkerzen. Während der Behandlung riecht man es nicht mehr so stark, aber beim Öffnen und man kann das ja auch noch mit einer Duftlampe ein bisschen verstärken, diesen Effekt. Was gibt es denn für Düfte? Wir haben Honig Salbei, das ein bisschen Richtung Hustenbonbon riecht. Sehr angenehm, wird unglaublich gerne gekauft. Ich mag gerne Lavendel Rosmarin, das ist eine Duftmischung, die sich weltweit großer Beliebtheit erfreut. Aber wir haben auch Weihrauch, das ist ein Duft, den ich selber für meine Ohrkerzen in Kiel mal zusammengestellt habe. Da sind auch noch andere Düfte mit drin, so eine Mischung. Dann gibt es wilder Thymian, auch eine von meinen alten Kompositionen. Und ja, was mit Limette und Eukalyptus. Also wir haben auf der Seite www.ohrkerzen.de auch so einen Produktvergleich, wo dann eben die Düfte auch noch ausgeführt sind. Und wo man eben sieht, was es für Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Ohrkerzen. Also da stehen dann alle Sorten, die Sie haben auf der Webseite. Genau, also einfach nur um einen Überblick zu kriegen, warum gibt es überhaupt verschiedene. Also, wie man hier vielleicht sieht, wir haben ja hier am Ende so einen Filter eingebaut, damit eben die Wachsreste, die vielleicht im Inneren der Ohrkerze beim Abbrennen heruntertropfen, einfach nicht ins Ohr kommen. Das haben wir bei jeder Ohrkerze, aber die haben natürlich unterschiedliche Formen und unterschiedliche Materialien. Wenn wir einen Biokunststoff benutzen, für die teureren haben wir vielleicht einen nicht so teuren Kunststoff bei den billigeren Ohrkerzen. Und da kann man sich dann aussuchen, was einem wichtig ist. Ah ja. Ach, da gibt es auch verschiedene Preislagen, verschiedene Modelle sozusagen. Und das ist alles auf der Webseite dargestellt, kann man alles finden. Wenn ich jetzt alleine bin und ich habe niemanden, der mir da hilft bei der Ohrkerzanwendung, wo kann ich das machen lassen? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, also es gibt gerade in Wellnesshotels gibt es häufig solche Angebote, dass man das, ich habe das mal als Aroma-Reise gebucht, hier in einem Kieler Hotel und da kann man bei bestimmten Kosmetikstudios oder Heilpraktiker verwenden, Ohrkerzen, die haben ja natürlich auch dann irgendwelche therapeutischen Ideen, die sie damit einleiten. Aber es gibt relativ viele, also wir arbeiten im Prinzip auch an einem Verzeichnis, dass wir gerne unseren Kunden zur Verfügung stellen wollen, wenn sie denn mal alleine sind. Und auch an der Möglichkeit, dass man vielleicht auch mobile Ohrkerzenbehandler findet, die nach Hause kommen. Weil es gibt nichts Schöneres, als hinterher einfach auf dem Sofa liegen zu bleiben und einzuschlafen. Und wenn man dann sonst wieder raus muss, wenn man es woanders hat machen lassen, ist es schon... Ja, gleich wieder in die Zugluft, ne? Es ist schön, dann vielleicht danach... Ja, das wäre doch eine gute Idee, so eine Ausbildung oder sowas erst mit einer leichten Kopf- und Ohrmassage. Wunderbar. Ja, da arbeiten wir dran. Ja, schön. Ich habe ja eine Ayurveda-Ausbildung und da weiß ich sehr, diese Kopf-Massage zu behandeln. Und im Ayurveda gibt es auch diese, im traditionellen Ayurveda gibt es auch Rauchbehandlung für die Ohren. Das muss schon eine sehr alte Geschichte sein, die schon sehr bewährt ist und sehr durchdacht. Mit den Ohrkerzen ist es natürlich wesentlich einfacher. Sonst muss man ja so ein Gestell haben, dass der Rauch da reingeht und so weiter. Das ist natürlich eine ganz feine Sache mit den Ohrkerzen. Und wenn ich das jetzt mache, das Verzeichnis ist übrigens auch eine tolle Idee, wenn man gucken kann, ah, da kann ich das bekommen, da kann ich das bekommen. Aber wenn ich die Ohrkerzen für mich jetzt haben möchte, wo kann ich die bestellen, wo bekomme ich die her? Ja, also wir haben bei uns auf dieser Seite wie ohrkerzen.de für jede Sorte auch eine Verfügbarkeit hinterlegt. Da kann man draufklicken und wird dann entweder in unseren Shop oder zu Amazon oder auch, man kann auch lokal in manchen Läden, Biokosmetikläden oder in der Apotheke kann man die Ohrkerzen kaufen. Man muss da natürlich so ein bisschen auch gucken. Also die Ohrkerzen, die in der Apotheke verkauft werden, sind in der Regel schon eher die buchwertigeren. Bei Amazon trifft man auch welche, die vollmundig Bienenwachs draufschreiben, aber da ist kein Gramm Bienenwachs mit drin. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn es jetzt zu billig wird. Ja, aber Ihre, jetzt gezielt Ihre Kerzen, wo kriege ich die her, die von Biosan GmbH? Also die gibt es bei uns im Shop und in vielen Naturkostläden. Und auch in der Apotheke natürlich. Die Webseite für euch, wenn ihr euch jetzt informieren wollt, ist www.ohrkerzen.de. Ihr findet alles hier unten drunter auch, hier ganzen Links. Und informieren könnt ihr euch auch bei YouTube, da sind die Videos für die Anwendung hinterlegt. Wenn ihr euch die anschauen wollt, wir stellen den Link auch unten rein. Ja, was gibt es noch zu sagen zu den schönen Ohrkerzen? Einfach ausprobieren, ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, oder? Gibt es spezielle Zeiten, wo man sie anwenden sollte, oder ist das egal? Auch Zeiten, also ich denke mal, wenn man hinterher einfach liegen bleiben will und man hat das Glück, in der Familie jemanden zu finden, der einen mit einer Ohrkerzenbehandlung verwöhnt, dann ist es zu Hause abends total schön, weil man hinterher auch wunderbar einschlafen kann. Also sehr stressreduzierend, sehr ausgleichend. Ja, wir hören ja auch so viel den ganzen Tag, wir sind viel unterwegs, wir telefonieren, gerade auch mit dem ganzen Handy telefonieren und immer alles am Ohr. Ja, da ist das eine schöne Möglichkeit. Ich habe im Ayurveda gelernt, dass das Ohr, das Hören für das Luft- und Raumelement steht. Und das ist ja auch dann etwas, was wir durch unsere Mobilität und Beweglichkeit sehr strapazieren. Und das ist, denke ich, auch eine gute Beruhigung. Vata nennt man das im Ayurveda. Vata-Element. Und da sind die Ohren ganz entscheidend und wenn ihr eure Sinne mal beruhigen wollt, Augen schließen und dann dieses schöne, fast wie so ein Kamin, so ein kleiner Kamin fürs Ohr, so ein Kamin, das kann ich sehr empfehlen. Ja, Frau Dr. Eule, vielen Dank für dieses schöne Interview. Ja, ich danke Ihnen. Ja, und diese Entwicklung auch, Sie haben die ja einmal entwickelt und dann auch ständig weiterentwickelt, denn ich kannte sie mit den Düften in der Tat noch nicht. Ich kenne die Ohrkerzen schon sehr lange, aber mit den Düften kenne ich sie eben noch nicht. Das ist ja nochmal, da werde ich mir auch gleich wieder welche besorgen, weil auch ich genieße das, so eine Ohrkerzenbehandlung zu bekommen, weil es so wirklich so schön beruhigt. Das ist nochmal was anderes als eine Meditation. Danach kann man übrigens sehr gut meditieren, auch das. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg mit den Ohrkerzen und dass Sie in allen Wellnessabteilungen und bei vielen Heilpraktikern und vielleicht auch mit einer eigenen Ausbildung, mit Massage, dann zugänglich sind vielen Menschen und viele Menschen unterstützen können in Ihrem Leben. Vielen Dank. Ja, gerne. Und euch eine schöne Zeit und eine schöne Entspannung mit den Ohrkerzen. Tschüss.